Heya! Hier ist der Schnuppe! Willkommen zurück zu Burnout 2 Point of Impact zur Fortsetzung, die gespielt und dann werden wir zur nächsten Crash-Folge. Das letzte Mal haben wir eine kurze Folge gehabt mit einer Meisterschaft, wo wir Verfolgungsjagd gespielt haben. Daran haben wir nämlich auch den Modus freigeschaltet, deswegen dachte ich auch, das wäre die letzte Verfolgungsjagd. Aber tatsächlich stimmt das gar nicht. Man hat später noch andere. Es gibt noch andere Verfolgungsjagden. Das heißt, wir brauchen die doch nicht immer wieder mal spielen. Aber vielleicht mache ich das mal am Ende oder so. Mal sehen. Kann also sein, das war trotzdem mal so. Weil wir ja noch ein paar Autos haben am Ende, wo wir noch in die Gefahr sind. Kann man vielleicht dann im Rahmen dieses Modus machen oder so. Mal überlege ich mir noch. Aber machen wir trotzdem regulär weiter. Das heißt, wir haben in der nächsten Crash-Folge. Und diesmal crashen wir mit einem weiteren Auto. Mit einem, was wir noch nicht gefahren sind in diesem Modus. Und zwar dem Oval Racer diesmal. Da haben wir beim letzten Mal ja so ein Rennen mitgemacht. Aber jetzt machen wir mal einen Crash damit. Wegen feier Farbe. Ja, ich glaub mal, ich glaub wie diese Farbe, diese normalen Farbe würd ich mal sagen. Und ich würd sagen, los geht's. Ach ne, wir müssen noch die auswählen natürlich. Ähm, und zwar sind wir relativ weit schon. Und zwar irgendwo, ja hier hinten bei Nummer 23. Und wenn, werdet gleich auf mehreren Fahrspuren zum Freak. Das klingt ja spannend. Wir müssen zum Freak werden mit, in einem Wert von 15 Millionen Dollar für Bronze. Silber gibt's ab 20 Millionen und Gold ab 40 Millionen aufwärts. Das klingt nur ganz schön viel, aber wir schaffen das schon, würd ich sagen. Also würd ich sagen, jetzt geht's los. Also los geht's. Mit einem weiteren, die ich nicht kenne natürlich. Aber eigentlich müsste man mittlerweile so weit in den Autos sein, dass wir auch problemlos mit jedem Auto, das wir noch fahren. Ähm, weil abgesehen von den Anfangswagen eigentlich, die ich schaffen sollte. Ähm, ja gut. Also los geht's. Mal gucken, was wir so fahren. Ja, man natürlich kennenlernen. Also könnt ihr einmal rumfahren und dann mal sehen, was so passiert. Ah, hier gibt's auf jeden Fall. Ah ja, ich sehe, was du nicht siehst. Was? Was hab ich mit Autos zu tun? So, mal schauen. Nett! Oh ja! Was für ein Crash, ey! Danke, Mann. Also gut, das sah zumindest cool aus. Über 20 Autos. Na, mal gucken, müsste das reichen, ne? 21 Millionen. Ähm, mit 2,2 Millionen. Mal 21. 46 Millionen. Erstversuch hat das so funktioniert. Ja, perfekt. Oh, cool. Aber ich glaub tatsächlich, diese ganzen, die ganzen Crash-Strecken hier, Question haben ja, ähm, jede Menge Fahrzeuge, jede Menge Verkehr, deswegen gibt's ja die wirklich nicht auf der Playstation 2 Version. Ähm, der war wohl so schwach vielleicht womöglich. Aber ja! Gut, es geht weiter mit der nächsten Zone. Haben wir ja gesehen den Crash. Könnt sich einmal wieder zurückspulen, das Video, wenn ihr das sehen wollt. Ähm, Catch-Up Chaos! Überhol den Verkehr, um für komplettes Chaos zu sorgen! Ja, so läuft hier quasi auch vieles ab, die letzten, die letzten Male. Aber hier müssen wir Chaos verursachen im Wert von 15 Millionen Dollar für Bronze, um die zu schaffen. Silber für 22 Millionen und 32 Millionen müssten es für Gold sein. Ja, gut. Kann man sagen... Das müsste ja möglich sein, also... Mal schauen, wir werden die wieder überholt, das ist... Ach du Scheiße! Das ist ja richtig übel! Äh, ha! Okay! Da geht es im Gegenverkehr, das ist gut! Ja! So, ich weiß jetzt auch nicht! Hab Glück gehabt, dass ich so eine Folgequests bin! Einmal Gegenverkehr rein, so siehts aus! Und dann dafür sorgen, dass die... Ja, wir sind halt gefahren, wir sind eine Gefahr für die Verkehrswelt. Ja, bleib... Was für Blechschaden! Ehh! Hauptsache es niemand umgekommen, 20 Millionen! Das hat nicht mal gereicht! Oh, es war grad mal Silber, ne? Wie braucht er 32 Millionen für Gold? Ja, tatsächlich 2 Millionen! Oh, das war jetzt mal ebenso Silber! Hoppla! Okay! Ich habe das Tafel eigentlich jetzt! Ich habe es trotzdem! Du hast 300 Crashquats gestaltet! Ja gut, aber... Ich muss das irgendwie anders machen Okay, 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 ich muss da das hat nicht funktioniert Kann ich jetzt hier vorbei ja ich glaube ich kann jetzt hier lang ich muss mich hier direkt lang fahren weil ich auch gegen Fahrbahn kommen muss Hat auch nicht funktioniert glaube ich Hat nicht so geklappt ehrlich gesagt Das war jetzt das war richtig schlecht hat nicht funktioniert ehrlich gesagt Wir haben zwar jetzt ein Crash der wirklich sich ordentlich verteilt auf dieser Strecke hier aber nichts wirklich was Schaden verursacht hat Bei 15 Autos hat niemand eine Million an Schaden Das ist jetzt eher lächerlich Hat nicht funktioniert muss man leider so sagen das war der erste Versuch war viel besser Nur wie habe ich das jetzt gemacht Hmm Okay nochmal ganzer Uh da ist immerhin nochmal eine Eine Nie schaffen wir es irgendwie wieder auf Anhieb mal beide so zu schaffen Am Anfang ging es vielleicht noch aber So der da kann ich wieder links trotzdem vorbei Versuch trotzdem nochmal Und versuch dich anders zu erwischen Hmm Hmm Mal sehen hier Na ja 1,8 Millionen mal 16 Das ist auch nicht so viel Habe ich auch wieder nicht getroffen Habe ich auch wieder nicht getroffen Das ist eine Taxi da vorne was da vorfährt Ich habe zwar jetzt alle irgendwie sind alle reingekommen in diese Kombo aber Aber Ähm Aber auch jetzt besser Immerhin Also war es immer so schlecht Ich dachte wir es auch schlechter jetzt gewesen Das wird eben Wobei wenn es zwei Wenn es zwei Millionen Wenn es zwei Millionen gewesen wären Hätten wir ja Bestion geschafft Habe ich wieder verrechnet Ähm Normal Wir wollen schon mal der Erlösung ein bisschen her 3 2 1 Go Oh Oh Nein Nein Das war jetzt gar nichts So Okay Mal schauen Oh je Verkehrschaos Man macht weniger Schaden als vorher Zwar geiler Multiplikator Der ist immer besser aber der Schaden war jetzt viel zu gering Sollte eigentlich nie reichen Ne Mit 18 Man sagt zwar sehr besser ne Aber mit mehr Autos aber die haben jetzt kein Schaden verursacht Die sind nicht so gequasht wie sie hätten quaschen sollen um 20 Millionen sogar nur Und das war ja nix Immerhin Bronze aber Aber Haben wir auch verdrückt mittendurch Mittendrin mal die Plätze an der Kamera Wobei ich ja zwar so lieber fahre aber Also halt für das Place Immer so Das nächstmögliche an der Das ist ja Das ist ja Die Stoßgangsicht in dem Fall 3 2 1 Go So Ach das war die Tasse die gesucht habe Ach Ich gucke diese Seite nach hinten So Hm Das bringt aber wieder nix Das macht zwar wunderbar nen Multiplikator hoch Aber ich mach damit keinen Schaden Warum nicht Ich muss hier anders erwischen das Auto Oder ich muss an dem wirklich vorbeifahren Hm Das war ja nicht so geplant hier zu Mal gucken was dabei herunter wird Mal schauen Na ja Lustrecht war es jetzt nicht Als wir 5 Millionen Mal 15 Pautos ist zwar Pautos nicht erwischt aber Weil der eine da bisschen abgehoben ist Doch dieser eine Der eine Bus Bringt dann bringend viel Geld 2 20 Millionen immerhin wieder aber 10 Millionen fehlen trotzdem Das war ebenso Silber Hat nicht funktioniert Natürlich nicht Gut Socke Hm Bisschen probieren Probieren Geht über Studieren Oder so Ne Ähm Ja Ich meine da sieht es immer pektakulärer aus Was für Blechschaden 1 1,6 Millionen Mal 18 Aber Da ist sicher noch viel viel mehr drin eigentlich So richtig der Unfall wo die hier abheben können Müsst ja auch möglich sein bei den ganzen Bussen und so weiter Ähm Das reicht dann wahrscheinlich nicht Bei 30 Millionen 29 Jahre 30 Millionen ungefähr 2 Millionen fehlt trotzdem noch Da fehlt das also Da fehlt eigentlich nicht so viel Ja ich meine Ihr muss ja nur ein kleiner zusätzlicher Crashern wie 100.000 oder so Und dann hast du ja Durch den Multiplikator 1-2 8 Millionen mehr und so weiter Ja also Ich krieg noch nicht den richtigen Punkt Na das war nix ehrlich gesagt Na vielleicht ja doch Vielleicht ja doch Vielleicht ja doch Hab ich ehrlich gesagt nicht viel anders gemacht als eben Na 1,9 mal 18 Könnte er aber erreichen hätte ich gesagt 35 Millionen Na geht doch Hat funktioniert Ja ich hab Terrors fahr ich ja genauso wie du kennst Wie in einem anderen Versuch vorher Aber weil Aufgrund weil jeder Quell anders ist Ja kannst du manchmal auch einfach mehr Haar rausholen So sieht's aus Hab's geschafft Geht ja relativ schnell trotzdem Und sind damit am Ende angekommen Ich hoffe ihr hattet euch wieder Spaß mit diesen Crashes Denkt mir mal in die Kommentare unten an die Bewertungen Und damit danke fürs Zusehen Und Bis zum nächsten Mal